Hallo und herzlich willkommen bei Mosa. Mein Name ist Mike Winter und ich möchte Ihnen heute unsere neueste Idee, unsere neueste Produktentwicklung, die Serie Canvas, vorstellen. Bei der Entwicklung dieser Serie haben wir uns Mosa getreu streng an den Kredel-to-Kredel-Prinzipien gerichtet. Das bedeutet, wir sprechen über ein richtungsloses Design und eine äußerst robuste, langlebige Fließenoberfläche aus Ultragress. Das bedeutet für Sie eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Diese basieren auf einem richtungslosen Design, verbunden mit einer Vielfalt an pfiffigen Farben, verbunden mit einem dezenten Glimmer. Dieser wiederum verleiht der Fläche eine zusätzliche Wertigkeit. Und letztlich nicht zu vergessen unsere komplett neu konzipierte CR-Oberfläche, welche mit einer R10B zertifiziert ist. Zudem besitzt die Fläche ein zusätzliches Finish. Die vielen Einsatzmöglichkeiten sprach ich ja gerade an. Da denken wir unter anderem an öffentliche Flächen, die durch eine sehr hohe tägliche Besucherfrequenz geprägt sind. Oder Flächen, die durch eine hohe Verschmutzung in Mitleidenschaft gezogen werden. Bereiche, wo eher die Funktionalität im Vordergrund steht. Wie leichtes Reinigen, erhöhte Rutschhemmung oder auch Nassbereiche. Und ganz wichtig natürlich das neue Design der Canvas. Die Canvas soll die Basis für ihre Interieurentwürfe bieten und somit einen zeitlosen Geist und die Basis darstellen. Da denken wir unter anderem an die Hotellerie, wo mitunter verschiedene Stile miteinander sich mischen und die Canvas die Möglichkeit hat, Brücken zu schlagen. Aber auch Bereiche, wo viele Menschen sich treffen, zum Beispiel Kitas, Schulen, Freizeiteinrichtungen, wo es gerne auch mal etwas bunter sein darf, wo frische, pastellige, intensive Farben zum Einsatz kommen, ist die Canvas eine optimale Basis für das Interieur. Aber selbst wenn sich im Laufe des Lebenszyklus die Trends sich ändern, die Farben andere sind in der Aktualität, ist die Canvas auch in dieser Situation für den Moment gewappnet, dort auch das Innenraumdesign umzustellen. Im Krankenhausbereich, im Gesundheitssektor sind die Anforderungen breiter gefächert. Natürlich spielt auch hier das Design eine Rolle. Es sollte farbenfroh, freundlich, einladend sein. Aber ich denke dabei auch an den Empfangsbereich, eine hohe Frequenz, Eintragung von Schmutz. Ich denke an Bereiche, die klinisch rein sein sollten, an die Nassbereiche, an Flächen, die auch einer zusätzlichen mechanischen Beanspruchung unterliegen. Und hier unsere Antwort, wir haben eine RCMB für den Nassbereich. Wir haben ein Finish, was dauerhaft während des Produktionsprozesses eingetragen wurde für die leichte Reinigung. Und wir haben eine Ultragress-Oberfläche, die ein langlebiges Produkt gewährleistet. Hier habe ich Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht aus dem Retail. Speziell aus dem Lebensmittelsektor erhalten wir immer wieder Anfragen und Anforderungen zum Reinigen. Nehmen Sie einfach mal Obst, Gemüse, Fruchtsäfte, Fruchtsäuren. Das sind immer erhöhte Ansprüche an den Boden und der Bedarf mehrfach am Tag zu reinigen. Aber das ist auch der Einzelhandel, der sich nicht nur auf die Funktionalität begrenzt, sondern wo das Design im Vordergrund steht. Und hier haben wir oftmals die Situation, dass sich Trends, Farben jährlich ändern, Shop-Konzepte über Bord geworfen werden. Und hier sind die Fragen, die Farben, Entschuldigung, die Farben und das Äußere der Canvas so gehalten, zeitlos eine Vielzahl an Designentwürfen zu unterstützen. Im öffentlichen Bereich, wo wir auf jahrzehntelange Erfahrungen zurückgreifen können, zum Beispiel Shoppingmalls, Flughäfen oder U-Bahnhöfe, unterstützen wir die Möglichkeit, gerade basierend auf dem nahezu richtungslosen Design, die Canvas zu kombinieren mit traditionellen Baustoffen. Ich denke da an Holz oder eine Vielzahl an Klinkeroberflächen, Klinkeranmutungen, Farben. Aber genauso die Möglichkeit, die Canvas zu kombinieren mit modernen Betonoberflächen. Dies wird unterstützt aufgrund der leicht körnigen, von dem Relief geprägten Oberfläche. Und zu guter Schluss soll natürlich der Spaß nicht zu kurz kommen. Hier ein Beispiel aus dem Freizeitbereich, ein Schwimmbad. Basierend auf der R10EB-Oberfläche können wir außerhalb des Beckens sämtliche Flächen belegen. Auch hier haben wir mal die Ansätze der Unterhaltung. Ich denke, das speziell an Kalkrückstände, die sich immer schwierig entfernen lassen. Im Duschbereich Rückstände von Shampoo, Seife etc. Hier unsere Antwort, R10B bzw. das dauerhafte Finish, was gewährleistet eine reibungslose, rückstandsfreie Reinigung jederzeit. Damit es für Sie etwas greifbarer wird, wovon ich gerade gesprochen habe, habe ich hier mal ein, zwei Nahaufnahmen, wo man ganz gut erkennen kann, wie der Grundfarbton harmonisch sich um die leichtfarbigen Flakes legt. Unterstützt von dem leichten Glimmer. Wodurch man immer wieder motiviert ist, durchaus mal die Oberfläche auch haptisch zu erfahren, zu berühren. Mit dem Fazit, Farbdesign trifft auf technischen Anspruch die neue CR-Oberfläche der Canvas. Um das alles zu realisieren, stehen Ihnen neun verschiedene Farben zur Verfügung, wobei jede Farbe für sich spricht, aber genauso Ihnen die Möglichkeit gibt, Farben miteinander zu kombinieren. Zusammengefasst, die neue Canvas-Serie ist eine Bodenserie, die komplett neu entwickelt wurde, die aber auch für den Wandbereich geeignet ist, wie auch für den Außenbereich. Und selbst wenn wir über eine hinterlüftete Fassade sprechen, können wir mit der Canvas arbeiten. Dafür stehen Ihnen neunpfiffige Farben zur Verfügung mit zwei Formaten 30x60 und 60x60. Basierend auf der R10b-Oberfläche und dem Ultragress-Verfahren haben wir eine Oberfläche, die unabhängig von der Situation, von den Einflüssen, lebenlang ihren Bestand hat. Wir haben auch die Chance genutzt, unsere durchaus bewährten Marketing-Tools und Mustermöglichkeiten zu verbessern. So sind in der aktuellen Mustermappe der Canvas hinter jedem Farbmuster ist ein QR-Code hinterlegt. Über diesen QR-Code können Sie raumunabhängig vor Ort sämtliche digitale Informationen zum Produkt abrufen. Auch der im letzten Jahr eingeführte 3D-Viewer spielt gerade hier bei der Canvas mit diesen leicht-reliefartigen Oberfläche seine Stärken aus, wo Sie selbst am Bildschirm einen kleinen Eindruck der raffiniert pfiffigen Oberfläche aus Kombinationen Glimmer und Relief sichtbar bekommen. Und zu guter Letzt möchte ich Sie an unseren Pattern-Generator erinnern. Auch hier ist eine Vielzahl an Verlegevorschlägen, Kombinationsmöglichkeiten bereits von der Canvas hinterlegt, so dass sie von Ihnen in Verbindung mit Ihrem Software-Tool direkt in Ihre Planung geholt werden kann. Sie wollen mehr wissen? Ihr Interesse ist geweckt? Dann besuchen Sie uns durchaus auf unserer Homepage moser.com, fordern eine kleine Musterbox ab oder kontaktieren uns für einen persönlichen Beratungstermin. Wir, das Team Mosa, freuen uns auf Ihr Interesse über die Canvas, der Leinwand für Ihre Ideen.